Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Stories der Nussknacker. Ja, schauen wir uns mal hier wieder um. Die du dumm. Ich wollte aber irgendwas machen. Zuletzt. Wenn ich eine Gussform hätte, wäre diese Schmiede nützlich. Eine Gussform. Ich hab doch eine. Ist das nicht eine? Ja. Und nun? Okay, das ist die Gussform. Jetzt bündige ich etwas Metall. Aha. Jetzt hab ich einen silbernen Stern. Aua, ganz schön heiß. Das hätte ich ahnen können. Ja, schon. Irgendwie. Das mache ich jetzt mit der Zange. Ins Wasser. Aber ich brauche den Stern bestimmt auch noch in Gold. Und mhm. Ne? Genau, das mache ich jetzt mit den anderen auch. Genau. Und was habe ich hier eigentlich nochmal? Kupfer. Wir schmieden ein bisschen. Wunderbar. Jetzt habe ich alle, oder? Ne, jetzt habe ich noch nicht alle. Oder? Doch. Doch, ich habe alle. Mehr sollen es dann auch nicht sein. Okay. Aber was wollte ich denn hier zuletzt? Irgendwas wollte ich hier doch. Guck mal, hier habe ich auch so, ne? Ich habe eine Hasenfigur. Ich habe noch so ein... Die kann ich nur mit einem Rad bewegen. Ich glaube, ich habe keins. Veranda. Hm. Das war es doch auch nicht. Das sieht nach Drehfarbenrätsel aus. Hundehaus. Gehen wir mal ins Hundehaus. Hallo. Wuff. Der ist irgendwie... Sieht der auch nicht so nett aus? Ruhig, Könnchen. Ich tue dir nichts. Da können ich die Sterne alle reintun. Befreien wir den Hund mal. Aber mir fehlt einer. Ich habe es doch gewusst. Einer fehlt mir noch. Mhm. Was habe ich hier? Die Statue kam wohl im Doppelpack. Ja. Ich ja. Und ja, ja. Aber da fehlte der Hundekopf bei dem anderen Hund. Tja, auch wieder Pech. Die Wand wurde von einem Leerraum gebaut. Ein Bergarbeitersymbol. Das bedeutet, ich kann sie mit einem Bergarbeiterwerkzeug zu trümmern. Weiß ich dann auch, wer da im Hintergrund singt? Keine Ahnung. Da ist wieder eine Puppe. Das Licht der Laterne flackert, als sei es lebendig. Was ist mit dem Schrank? Er ist von innen verschlossen. Oh, ich kann ja auch nichts hier machen. Da kann der Nussknacker hier helfen. Auch nicht. Wenn ich doch bloß dort hinaufklettern könnte. Hier. Fred kann das. Der Hund bellt auch nicht. Und nix. Aha. Titanbarren. Schön, wie der Mond hier hineinscheint. Dies ist zwar nur ein Hundehaus, aber durch das Mondlicht wirkt es fast wie eine Weihnachtskrippe. Ja, ich möchte irgendwie dem Hund helfen. Das tun wir mal, indem wir den Stern machen. Das war's. Gut. Gut. Und wo rennt er jetzt hin? Juhu, du bist frei dank mir. Ach, den kann ich jetzt mit mir rumschleppen. Ach, das ist ja auch schön. Was ist in der Hundehütte? Wenn die Spinnweben magisch sind, brauche ich auch etwas Magisches, um sie zu entfernen. Das kann ich noch nicht tun. Das Ding steckt im Holz fest. Hm. 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 Tja. Gut. Gehen wir mal hier hin zur Veranda. Seltsam. Wölfe kommen Menschen normalerweise nicht so nah. Was mache ich eigentlich hier auf einmal? Ich dachte, wir waren zuletzt ganz woanders. Hoppla, vielleicht bin ich etwas müde. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Der Rattenkönig hat selbst die Wölfe unter seiner Kontrolle. Doch mit einem gut ausgebildeten Hund lässt sich selbst ein großer Wölfer jagen auf zum Hundehaus. Hab ich schon. Ja, hat der Hund den Wolf mal eben verjagt. Der Hund ist Menschen bester Freund. Ach so, na gut. Wer in einem Glasschloss wohnt, sollte nichts zu verstecken haben. Tja, ich weiß auch nicht. Was haben wir hier? Ich bin mittlerweile ziemlich gut im Verstecke finden. Muss noch herausfinden, wie man dieses hier öffnet. Ja. Korken sitzt ziemlich fest. Hm. Es gibt nichts, was ich machen kann. Das ist doof. Da, ich hab den Hundekopf endlich mal gefunden und ne Puppe. Oh, sogar die Jagdtrophäen sind geschmückt. Ja. Voll das laute Gedudel. Der Anzahl der Trophäen nach zu urteilen, muss dieser Jäger ein guter Schütze sein. Wenn die Musik zu laut wird, dann kann ich auch nichts mehr sagen. Ich hab den Hundekopf mit dem Rat-Rat-Kling. Ich war nur ein Kinds-Toy. Kein Kampf für eine Armee von Raten. Ich hab den Hundekopf mit dem Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat. Ups. Ein bisschen weggeklickt. Und ich hab grad gemerkt, dass ich meine Boxen die ganze Zeit angehabt hab. Ich hoffe, dass der Ton jetzt in der Tonspur später nicht zu doppeltonartig ist. Ihr wisst, was ich meine, weil das Mikrofon nimmt ja dann auch den Sound von meinen Boxen auf. Und ich hab die jetzt gerade in der Sequenz ausgemacht. Und deswegen war ich etwas abgelenkt und hab grad aus Versehen übersprungen. Skurril oder Jagd-Trophäen. Der Zahn muss ausgefallen sein. Pfuscharbeit. Ich find sowas ja nicht schön, ne? Sowas haben wir denn hier noch? Ist denn im Leben nichts umsonst? Ich muss überall... Ist das eine Eule? Ich glaube, sie beobachtet mich. Überall muss ich hier Sachen machen, wo ich nichts machen kann irgendwie. Eine Jagdhütten versteckt. Da fehlen natürlich einige Tiere. Einen Hasen hab ich schon mal. Habe ich noch ein Tier? N-n-n. Nee. Jemand wollte wohl verhindern, dass andere sehen, was sich dahinter verbirgt. Ich muss diese Bretter entfernen. Ja, ich hab nix. Irgendwie. Ich finde auch nix. Wirklich. Jemand hat die Verkleidung abgeschabt. Da hab ich doch ein Teil sogar. Aber nicht grad viel. Diesem Jäger möchte ich nicht vor die Flinte laufen. Was ist denn hier im Kamin? Der Trichter ist festgeschraubt. Die Wärme an der Kerzelein reicht hier nicht aus. Hm. Ja, toll. Dann geh ich wieder. Ich kann ja sowieso hier nie was machen. War da auf dem Fußboden noch was? Ja. Das ist ein Zeichen. Da find ich bestimmt das Werkzeug. Wie komm ich da aber ran? Kann man das hier irgendwie... Kannst du da was machen? Keine Ahnung. Der Hund ist ja auch weg. Der gute Hund. Das ist der Korken. Das hier unten hatte ich auch noch nicht. Oh. Was war das? Und wieso hab ich jetzt ein Lineal? Was soll ich denn mit einem Lineal? Nein, ich glaube der Rattenkönig hat mein Spiegelbild gesehen. Ich muss mich vor der magischen Kraft des Rattenkönigs hüten. Ja. Was solltest du? Der ist böse. Ja, dann setz ich mal wieder den Kopf auf. Ach ja, genau. Hier waren wir davor. Ja, was soll ich sonst machen? Gehen wir wieder zurück. Nach Hause. Da, wo wir hier, ne? Genau. Hier kennen wir uns aus. Hier setze ich den Kopf auf. Tada! Dann hab ich den. Und es gibt ja aber immer noch... Nichts mehr zu tun hier? Nein? Doch, die Tassen zum Beispiel. Man muss immer wieder hier zurückkommen. Das sehe ich schon. Aber wir können ja auch mal die Karte benutzen. Sind wir vielleicht ein bisschen schneller? So. Truhe auf. Und ein Wimmelbild bestimmt. Jawohl. gerahmtes Bild. Hier haben wir den Rahmen schon mal. Das sehe ich. Wo ist das Bild? Ähm. Das war der Wolf. Okay. Ist das das Bild? Da ist das gerahmte Bild. Jetzt suche ich eine Walnuss und Garn. Das Garn da? Dann noch einen Zug. Zug, Christbaumkugel und Spinne. Die Spinne hatte ich schon. Was ist denn ein Zug? Ich höre ja schon wieder die Geräusche im Hintergrund. Der gruselige Mann. Löffel, Mutterschlüssel und Blatt. Wo ist der Löffel? Der Löffel, der Löffel. Da ist es Garn. Wie? Weiß ich nicht. Mutterschlüssel. Weiß ich auch nicht. Jo, ich habe einen Hammer. Was soll ich machen? Holzbecher, Papierrolle. Äh. Hier, um an die Papierrolle zu kommen. Holzbecher. Da. Ich muss das fehlende Teil ankleben. Das da wäre? Das fehlende Teil? Der Henkel, oder? Hm? Habe ich hier irgendwas? Ach, ich nehme mir mal einen Tipp jetzt. Da ist was. Was ist denn da? Keine Ahnung. Was war denn das? Hm? Okay. Ich habe es nicht mal gesehen. Was ist mit dem Zug? Da ist ein Zug. Dann dieser Schlüssel. Ach ja, das ist, äh, schön. Hm. Ja, ja, ja. Wo ist er denn? Und der Holzbecher und... Ach, ich nehme mir einen Tipp. Wenn ich kann. Ich glaube, das war mein erster Tipp. Den ich mir genommen habe. Aber ich weiß nicht, was bei diesem Becher hier gerade fehlt. Und... Genau. Was ist das hier? Ist das der Mutterschlüssel? Das ist so ein Schlüssel. Okay, so da. Okay, alles klar. Dann habe ich den schon mal. Fehlt nur noch das Gegenstück zum Holzbecher. Wenn ich irgendwas habe, was ich in die Hand nehmen kann, dann wäre ja schon mal besser. Ich gehe einfach mal mit der Maus hier so vorsichtig lang. Irgendwas wird schon dabei sein. Oder auch nicht. Ja. Freudiges Wimmeln. Ich habe keine Ahnung. Gegenstück. Ein Etikett. Ein Henkel. Ich weiß gar nicht. Hier. Henkel. Ich habe ihn sogar gefunden. Wahnsinn. Ja, aber dann pack ihn doch ran. Ich habe doch das fehlende Teil. Hier ist es. Ich habe ihn gefunden. Und geh auch. Hä? Hä? Jetzt finde ich den Henkel und der geht nicht, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ach so, hier ist noch. Okay. Alles klar. Kleber. Kleber. Kleb da. Dann eben erst da ran. Und dann. Und oh. Man kann den Kleber auch direkt an den Henkel machen, ne? Ja, ja. Ganz toll. Hast das Ding gefunden. Yay. Das lief nicht so gut. Ja. Mit dem Linear könnte ich das hier aufmachen. Mhm. Und die andere Tür? Geht nicht. Das war schon wieder so eine Puppe. Was ist das jetzt hier? Eine Lötlampe. Und ich habe irgendwie... Was? 잘? He wasn't a king, then. But his obsession with Merry made him more ambitious than the average rodent. I was always there by Merry's side, standing in his way. He might have given up if it weren't for his discovery of a book of magic spells. He used it to create a magic staff and mount an army of rats. Das ist natürlich schade, kleiner Nussknacker. Deswegen sind wir ja hier, um dir zu helfen. Alles wird gut. Und überall diese magischen Spinnenweben. Gibt es hier auch eine magische Spinne dazu, die das alles macht? Ähm, ja. Kannst du hier irgendwie... Ich weiß auch nicht. Dann gehen wir mal raus. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich eigentlich diese Maschinenteile nochmal brauchte. Das war aber nicht hier. War das da? Hier, genau. Mhm. Kann ich das hier dann... Da? Ja, okay. Das geht auch. Dort greife ich besser nicht hinein. Nein, nein. Aber du könntest da doch hin. Womit kommt der jetzt wieder raus? Mit nem Schlüssel. Was für ein mutiger kleiner Nussknacker. Man muss ihn einfach bewundern. Jawohl. Jawohl. Ähm. Wie gemein vom Rattenkönig, einen wehrlosen Schneemann in sein Band zu ziehen. Hey, Moment mal. Diesen Feind kann man nur schwer bewaffnet gegenüber treten. Ah, ja. Und wir haben nix. Katze? Nussknöcke? Da haben wir wohl Pech, oder? Normalerweise bin ich sehr friedliebend, doch der Rattenkönig lässt mir keine Wahl. Ja, dann müssen wir wohl noch uns was besorgen. Das geht ja so nicht. Äh. Ja, ja. Das ist schön. Nee. Wo war denn das jetzt hier mit den Tieren? Hier. Jetzt hab ich doch alle, oder? Ah, nee. Es fehlen immer noch welche. Okay. Irgendwann werd ich sie ja mal alle haben, vielleicht. Bildfragment. Fehlt mir auch immer noch ein Teil. Was ist mit dem Bibliotheksschlüssel? Und die Maschinenteile haben wir doch auch alle. Jetzt muss ich mal... Ich geh mal auf die Karte. Ähm. Mein Standort. Hier kann ich etwas tun. Hier kann ich jetzt etwas tun. War das hier mit den Maschinenteilen? Ich glaub schon. Ja. Und? Ah. Okay. Rot war ja jetzt schon mal ein Rot. Das ist doch richtig. Das ist nicht richtig. Wie doof. Das war auch wieder klar. So richtig kapiert hab ich das noch nicht. Klicke auf eine farbige Kugel, um sie auszuwählen. Wenn eine Kugel in ein gleichfarbiges Loch fällt, schließt sich das Loch. Schließe alle Löcher. Okay. Ich soll einfach in jedes Loch das hingebacken kriegen. Ist trotzdem ein bisschen schwierig. Das ist doch nicht richtig. Haha. Wieder eins hingekriegt. Toll. Auch das hab ich hinbekommen. Dann kommt jetzt mal gelb. Oder auch nicht. Nee. Das wird nix. Hm. Ja, dann nimm halt gelb. Jetzt nimmt er bestimmt was anderes. Ja, es war so klar. Nimm blau. Nein, auch nicht. Nimm grün. Ich krieg's nicht hin. Da, la, la. Ähm. Mhm. Super. Hey, ich hab's sogar mal richtig gedacht. Toll. Gut, die Mitte hätte ich dann schon mal. Brauch nur noch so 10 Minuten ungefähr, bis ich den Rest schaffe. Das mach ich dann im nächsten Part. Von Christmas Stories, der Nussknacker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.